Hallo und herzlich willkommen in der digitalen Krebsvorsorge. Ganz so ist es nicht, aber dieses Video dient der Aufklärung der Informationen über die Krebsfrüherkennung. Extrem wichtiges Thema. Viele haben davon gehört, wissen ja, sowas gibt es, aber wie das genau abläuft, wie da genau das Prozedere ist, was da überhaupt gemacht wird, das erkläre ich dir in unter anderem diesem Video. Du hörst schon raus, es wird davon mehrere Videos geben, denn mir ist es wichtig, über alle Vorsorgemaßnahmen der Frau zu sprechen. Vom Gebärmutterhalskrebs bis über den Brustkrebs bis hin zum Hautkrebs besprechen wir alles. Jetzt geht es los mit dem Gebärmutterhalskrebs. Alle schon mal gehört, Gebärmutterhalskrebs betrifft ja nur die alte Frau etc. Nein, es ist der vierthäufigste Krebs der Frau und der zweithäufigste gynäkologische Krebs der Frau. Es ist etwas, was relativ oft vorkommt und hat einen Peak. Es gibt zwei Peaks von dem Krebsaufkommen. Einen Peak in relativ jungen Jahren und einen in etwas älteren Jahren. Und deswegen ist es auch für die jüngeren Damen ganz, ganz wichtig, zur Vorsorge zu gehen. Aber was wird da genau gemacht und wie oft muss ich überhaupt zur Vorsorge? Achtung, aufgepasst! Ab dem 20. Geburtstag darfst du einmal jährlich zur Vorsorge für Gebärmutterhalskrebs gehen und es ist für dich kostenfrei. Übernimmt die gesetzliche Krankenkasse oder auch die private Krankenkasse. Es ist zwar im Gesetzbuch verankert, diese Krebsfrüherkennung, aber du musst es nicht machen. Es ist eine freiwillige Entscheidung deinerseits, ob du das machst oder nicht. Aber, wie gesagt, es ist umsonst und einmal jährlich. Könnte man hinkriegen. Wenn du den Termin machst, denk bitte auch an deine Gynäkologen und deinen Gynäkologen. Ich gebe dir jetzt zwei, drei Tipps, was wichtig ist für die Terminvergabe. Erster Tipp. Wir haben nichts, und das habe ich in vielen Videos schon besprochen, nichts gegen menstruierende Frauen. Es ist überhaupt nicht schlimm, mit seiner Periode zum Frauenarzt zu gehen. Aber, und da kommen wir gleich noch zu diesem ganzen Prozedere, wie das abläuft, es ist wichtig für diese Untersuchung, dass du ungefähr zwei Wochen nach deiner Periode hingehst. Unter anderem, weil da deine Schleimhaut perfekt aufgebaut ist. Genau diese Schleimhaut wollen wir auch sehen. Und zum anderen muss man da genau sehen, wo der Muttermund ist und wo eben dieser Gebärmutterhals überhaupt ist. Und das sehen wir nicht, wenn du deine Blutung hast. Und deswegen wäre es da schön, so zwei Wochen nach der Periode den Termin zu machen. Außerdem, liebe Männer da draußen, man sollte 24 Stunden vor diesem Termin keinen Geschlechtsverkehr haben, kein Kleidgel benutzt haben oder andere vaginalen Medikamente appliziert haben, weil das könnte das Ergebnis verfälschen und das wollen wir auf gar keinen Fall. Nochmal kurz ein Schwenk zum Gebärmutterhals. Was ist das eigentlich und wo sitzt der? Ich habe natürlich in den Themen oder in den Videos über Schwangerschaft schon viel drüber gesprochen, weil der auch ganz, ganz wichtig dort ist. Er verbindet quasi die Scheide mit deiner Gebärmutter. Ich habe da damals eine wunderbare Zeichnung gemacht, wo man ganz gut sehen kann, wo ungefähr dieser Gebärmutterhals sitzt. Das ist quasi die Verbindung zwischen Gebärmutter und Scheide. Und das untere Ende des Gebärmutterhalses nennt man auch Muttermund. Und das ist das, was der Gynäkologe auch gut sehen kann. Den Gebärmutterhals an sich kann man nicht einsehen, weil das ist verschlossen. Und den oberen Teil des Gebärmutterhals sehen wir auch nicht, weil der ragt ja zur Gebärmutter hin. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dort Abstriche zu nehmen. Und apropos Abstriche, da kommen wir doch jetzt zu der Methode. Was wird überhaupt gemacht bei dieser jährlichen Krebsvorsorge? Es wird erstmal ein Gespräch geführt über dein Risikoprofil. Hast du vielleicht Eltern oder Großeltern, die eine Krebserkrankung hatten? Hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Hast du in letzter Zeit irgendwelchen Ausfluss bemerkt? Irgendwas, was auffällig war für dich? Auch dein Sexualleben wird abgefragt. Nicht aus persönlichem Interesse des Arztes oder der Ärztin, sondern es ist ganz, ganz wichtig. Auch die Verhütungsmethode, Kondom oder irgendwelche hormonellen Verhütungen. Und vor allen Dingen hast du wechselnde Geschlechtspartner. Denn bei Gebärmutterhalskrebs haben wir immer diesen HPV im Hinterkopf. Ich habe zur HPV-Impfung mein Video gemacht. Das verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Da kannst du dich nochmal ganz genau informieren, was HPV, was dieser Virus eigentlich ist und was es mit dieser Impfung auf sich hat, die ich für extrem wichtig halte. Nicht nur für die Mädels neuerdings, sondern eben auch für die Jungs. HPV ist eben ein Risikofaktor und HPV wird eben bei Geschlechtsverkehr übertragen. Und je mehr wechselnde Geschlechtspartner man eben hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit HPV eben kontaminiert hat. Was jetzt nicht unbedingt sofort schlecht sein muss, aber man muss es eben auch wissen. Dann, nach diesem Gespräch, folgt eigentlich eine körperliche Untersuchung. Es wird auch erstmal geschaut und abgetastet. Ist alles soweit in Ordnung? Sieht irgendwas auffällig aus oder tastet sich irgendwas auffällig? Denn so ein Gebärmutterhalskrebs kann man auch tasten. Das ist nämlich nicht normales Gewebe, sondern entartetes Gewebe ist meistens ein bisschen härter und knubbeliger. Und das kann man am besten tasten. Am wichtigsten ist aber jetzt endlich dieser Abstrich. Ihr habt bestimmt schon mal diesen Abstrich mitbekommen oder davon gehört, was wird da eigentlich abgestrichen? Es ist ein sogenannter Pappabstrich. Der heißt Pappabstrich, weil sich ein schlauer Anatom und Grieche mal gedacht hat, das ist eine tolle Sache und das ist es auch. Vor 90 Jahren war das ungefähr. Und dieser Herr hieß Papa Nikolaou. Und weil er nicht sagen wollte, okay, wir machen mal einen Papa Nikolaou Abstrich, hat er ihn genannt Pappabstrich. Es gibt verschiedene Resultate, die man bei so einem Pappabstrich bekommen hat, vom Papp0, Papp1, Papp2, Papp3 etc. Das besprechen wir alles ganz, ganz ausführlich. Ich verspreche es im nächsten Video, weil das einfach komplex ist und ein bisschen Zeit braucht, um das zu erklären, was bedeutet welcher Pappabstrich. Nur, dass du mal gehört hast, dieser Pappabstrich wird dort gemacht. Und was wird dort abgestrichen? Schleimhautzellen. Einmal Schleimhautzellen von diesem Muttermund, wo ich eben gesagt habe, der ragt ja in die Scheide rein. Das sehen wir Gynäkologen. Da gehen wir mit einem Spaten lang und wollen Schleimhautzellen erwischen. Und auch im Gebärmutterhals selbst wollen wir Zellen gewinnen. Die ganzen Zellen werden auf so ein Objektticker aufgetragen, werden dann in Labore eingeschickt, die sich die Zellen angucken. Die Zellen sind quasi so die zweite Stufe, die man sehen kann bei Veränderungen. Wir würden am liebsten in die Gene direkt reingucken und sagen, okay, da gibt es ja genetische Veränderungen, das könnte mal zu Krebs führen. Das können wir aber heutzutage noch nicht. Deswegen nehmen wir einfach die Produkte der Gene, und zwar die Zellen, und gucken uns an, sind da Veränderungen, ja oder nein. Und warum haben wir uns eigentlich so auf diesen Gebärmutterhals und genau diese Stelle eingeschossen? Weil da viel Veränderung passiert. Bei der geschlechtsreifen Frau ist die Schleimhaut in der Scheide, übrigens bei jeder Frau, ist die Schleimhaut in der Scheide eine andere als im Gebärmutterhals und in der Gebärmutter selbst. Und da passiert, wie auch an den Händen zum Beispiel, oder an den Haaren, sehr viel Veränderung. Da wird sehr viel Produktion und Umsatz betrieben auf dieser Zellebene. Und überall da, wo viel Veränderung passiert, muss nur mal ein schwarzes Schaf als Zelle dabei sein, die sich immer wieder weiter verdoppelt, verdoppelt, vervielfacht. Und schon kann da ein Tumor entstehen, der unter anderem auch zu Krebs führen kann. Und deswegen, die Bereiche, wo viel Veränderung passiert, gucken sich die Ärzte immer ganz genau an. Das ist übrigens auch bei der Haut zum Beispiel so. Oder auch beim Darm. Nachdem der Abstrich gelaufen ist, wie gesagt, wird der eingeschickt. Viele Ärztinnen und Ärzte halten es mit ihren Patienten so und sagen, wenn ich mich nicht melde, ist alles in Ordnung. Dann war der Abstrich auch in Ordnung. Ich melde mich nur, wenn was auffällig ist und wir einen Kontrolltermin machen müssen oder ein weiteres Gespräch führen müssen. Wenn dir das zu unsicher ist und du sagst, ich möchte gerne schwarz auf weiß wissen, was da genau bei rausgekommen ist, dann darfst du natürlich selbstverständlich das Einfordern dieses Ergebnisses oder auch telefonisch dir abrufen und sagen, ich möchte es gerne nochmal von der Ärztin oder vom Arzt hören. War da alles unauffällig. Das geht, aber in der Regel hört man eigentlich nichts von der Ärztin oder dem Arzt, wenn alles in Ordnung war. Und dann erübrigt sich der Rest. Dann kommst du in einem Jahr wieder, es wird dasselbe Prozedere gemacht und du bist in dieser Schleife der jährlichen Krebsfrüherkennung, um zu schauen, gibt es da irgendwann mal Veränderungen, ja oder nein. Das ist im Groben und Ganzen diese Krebsvorsorge. Ich möchte noch ein paar Vor- und Nachteile ansprechen. Und wie in der Schule gelernt, fangen wir natürlich mit den Nachteilen an. Ein Nachteil, wenn man ihn so nennen möchte, ist natürlich, wenn man sein Leben lang ab dem 20. Geburtstag immer jährlich zur Krebsvorsorge geht, ist es statistisch so, dass man einmal im Leben einen auffälligen Abstrich bekommt als Ergebnis, dem dann nachgegangen werden muss, der dann in hoher Wahrscheinlichkeit wieder negativ ausfällt, diese Kontrolle. Aber man hat einmal Sorge, Angst, Panik und auch eine ungewisse Zeit, weil dann gibt es einen Kontrolltermin in drei, vier Monaten, um zu schauen, hat sich diese Veränderung jetzt geändert oder ist es doch schlimm geblieben. Statistisch ist es einfach so, dass man einmal im Leben bei jährlicher Krebsvorsorge einmal ein positives Ergebnis haben kann. Ein weiterer Nachteil ist, den muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es einfach zu einer guten Aufklärung der Ärztin und des Arztes gehört, es ist nicht so, dass dieser PAPP-Test oder dieser PAPP-Abstrich hundertprozentige Sicherheit gibt. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in der Medizin. Das heißt, auch wenn du jährlich hingehst und immer einen auffälligen Abstrich hast, kann es dennoch sein, dass dort Krebszellen entstehen. Entweder hat man diese Zellen eben nicht erwischt, die da entartet waren, oder es ist eine andere Tumorentität, die nicht registriert wurde von diesem PAPP-Abstrich. Das heißt, diese hundertprozentige gibt es einfach nicht. Das muss man vorher wissen. Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Das ist ein relativ schmerzarmer Prozess. Die meisten Frauen sagen, das tut überhaupt nicht weh, der relativ schnell geht, der umsonst ist. Und wo man frühzeitig, und das ist der große Knackpunkt bei Krebsvorsorge, frühzeitig erkennen kann, gibt es Veränderungen. Wenn es Veränderungen gibt, besprechen wir alles im nächsten Video, dann kann man die nochmal kontrollieren. Denn auch eine Infektion zum Beispiel macht zelluläre Veränderungen. Dann sehen die Zellen auch anders aus. Dann ist so ein PAPP-Abstrich ein bisschen auffällig. Dann kontrolliert man, dann ist die Entzündung weg und schon sind die Abstriche auch wieder normal. Aber man hat sie eben mal kontrolliert. Und sollten sie auffällig bleiben, ist man direkt früh dran zu gucken und kann früh intervenieren. Take-Home ist für dich ab dem 20. Lebensjahr Gebärmutterhalskrebsvorsorge umsonst für dich. Du kannst sie jährlich machen. Sie ist gesetzlich verankert, aber keine Pflichtveranstaltung. Du kannst sie freiwillig wahrnehmen. Und was ich dir definitiv empfehlen würde. So, jetzt kannst du dich noch schnell im Nachgang über HPV informieren. Denn das muss ich auch noch als letzten Satz dazu sagen. Ich habe schon einen fusseligen Mund. HPV-Test wird im nächsten Jahr großes Thema. Du wirst es medial mitbekommen. Du wirst wahrscheinlich auch von deinen Ärzten mitbekommen. Der HPV-Test wird nächstes Jahr wahrscheinlich ab 35. Lebensjahr fest eingeführt. Da wird quasi getestet. Hast du schon mal Kontakt mit diesem Virus? Und wenn ja, mit welcher Art von Virus? Wie gesagt, Video musst du noch mal gucken, was es da für Arten gibt. Da gibt es nämlich die High-Risk-HPV-Viren und eben die Low-Risk. Und bei Low-Risk, also in Ordnung, bei High-Risk muss man ein bisschen genauer hingucken. Könnte auf ganz lange Sicht diesen Papp-Test eventuell ersetzen. Und den muss man dann auch eventuell nicht jährlich machen, sondern im Intervall alle drei bis fünf Jahre. Steht noch alles ein bisschen in den Sternen, aber ab nächstem Jahr wird er definitiv mehr integriert in die Praxis. Alltage, Alltäge und ist ein großes Thema, weil man gesehen hat, dass eine ganz, ganz große Anzahl an Gebärmutterhalskrebs mit HPV assoziiert ist. Das ist eine sehr hohe Prozentzahl. Und deswegen sagen wir, okay, der HPV-Marker ist ein super wichtiger Marker. Übrigens wird er momentan nicht bezahlt, wenn keine Auffälligkeiten sind. Das heißt, wenn du einen normalen Papp-Abstrich hast und es keinen Risikoscore irgendwo gibt bei dir, wird der HPV-Test nicht von der Krankenhasse übernommen. Sollte was auffällig sein, man möchte dem mehr nachgehen, wird er übernommen. Deswegen gibt es diesen HPV-Test auch jetzt schon. Er ist eben nur noch nicht verankert in der normalen Vorsorge. Jetzt habe ich genug gesprochen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es um die Papp-Abstriche geht. Super wichtiges Thema. Mein Appell an euch, geht zur Vorsorge. Ihr habt die Möglichkeit, es gibt heutzutage die Möglichkeit, krebsfrüh zu erkennen und zu therapieren. Also, es ist ein Termin. Ja, bitte hin. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.